Ja, willkommen zurück zu Encaudia. Äh, ja, wir haben... Wir haben den hier. Den haben wir ja letztens schon gesehen, wie er hier rumhüpft. Der Stroh-Botter. Ich spreche mal mit Tina. Also ich spreche den mal mit Tina an. Oh, oder warte, bevor wir das machen, kann ich ihn noch angucken? Ja, okay. Äh, ich bin Tina. Ja. Würde ich jetzt so sagen. Äh, ich bin der Meister. Vielleicht sollte ich ihn später... Nee, 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 ich bin Tina. I'm Tina, Rens' Daughter. Then you must solve Tinas Puzzle to prove it. Um, okay. You must answer five questions about Tina. This shouldn't be difficult. Alright, here is the first question. When darkest is baby Tina's night, it's this that makes the fright alright. Is it Tina's nightlight? Her Teddy? Her Sam? Äh, 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 äh. Mein, mein Teddy? Ja, okay, es ist mein Teddy. Okay, this isn't so bad. Go. Here is the second question. A sound like no other. It puts a smile on baby Tinas lips. And her father. Is it? Drummy? Sam's Lullaby? Ducky's Quack? Rens' Hand farts? Was? Äh, ähm. Die Hand farts? Puh. Er wirft bestimmt alle davon. Ich war ein Baby. Ja, wahrscheinlich. Wollte gerade sagen. Wahrscheinlich alles. Aber vielleicht die Papas Hand farts? Eww. Oh, okay. Oh, nein. You may not pass. Doch, doch, doch. Halt, stopp. Hello, dear human. Would you like to restart Tina's puzzle? Äh, ja. Hier ist die erste Frage. When darkest is baby Tina's night? Is it Tina's night? Genau, das war der Teddy. Das war richtig. You've got it. Ready for the next question? Okay. Hey, this isn't so bad. Go. Here is the second question. A sound like no other. It puts a smile on baby Tinas lips. And her father. Is it? Drummy? Sam's Lullaby? Ducky's Quack? Rens' Hand farts? Sam's Schlaflied denn vielleicht? Wenn das nicht klappt, dann versuche ich alles. Glaube ich. Sam's Lullaby. Okay, ja. Ready for the next question? Sam's Lullaby, okay. You'll ask what baby Tina's favorite color is next? I do not have this information in my database. Here is the third question. No matter if before or after her nappy, this makes baby Tina's tummy happy. Is it? Mom's Strudel? Moo Moo Milk? Rens Spaghetti? Choco Drops? Pizza? Äh, pff. Pizza? Welches Kind mag keine Pizza? Schoko Tropfen? Papa Spaghetti? Wünschte, ich könnte mich besser dran erinnern. Moo Moo Milch? Ich schätze, alle Babys sind verrückt danach. Ich weiß nicht. Papa Spaghetti? Das wirkt nach einer sehr unpraktischen Art, sich fortzubewegen. Das stimmt. Das stimmt. Vor allem, da muss ja irgendwie nur mal so ein Gullideckel kommen, weißt du? Diese, mit diesen Streben. Da musst du einmal da drin festhängen. Er kommt ja nie wieder raus. Ich glaube, Papa Spaghetti? Weil sie sagt, ich wünschte, ich könnte mich besser daran erinnern. Ja, oder auf Sand. Oh Gott, ja, auf Sand. Nein? Ja, ja. Okay. Halt, stopp. Wir kriegen das hin. Ja. Ist der Teddy? Ich überspring das alles mal ein bisschen. Es war Sams Schlaflied. Dann ist es die Milch, oder? Und es ist ja ein Baby. Zählen YouTube und Twitch auch? Zu Social Media? Würde ich schon fast behaupten, ja. Das ist auch nicht richtig. Okay. Alter, woher soll ich denn wissen, was ich als Baby mochte? Hallo? Hallo? Hallo, dear human. Okay, schuldig. Würde ich gerne wieder starten? Hier ist das erste, wenn das ist, Tina? Mein Teddy. Du hast es bereit. Okay. Hier ist das zweite. Ein Sound, ist es? Äh, Sams Schlaflied? Wer soll ich das denn wissen? Ich weiß nicht mal, was Mamas Stugudel ist. Oder Schokotropfen. Was sind Schokotropfen? Ein Pizza, welches Kind? Aber als Baby? Als Baby-Pizza? Hört sich nicht so danach an. Schokotropfen? So richtig doof? Ich meine, ich gehe jetzt hier auf Ausschlussverfahren lang. Auch nicht. Okay, okay. Ja, ja, okay. Wir kommen hier noch durch, ich sag's euch. Vielleicht kann mir Sam auch helfen. Warum liegt hier mitten im Wald dieses große, rostige Schiff? Wie ist es möglich, ein großes, rostiges Schiff in der Mitte eines Forsts zu haben? Diese Welt wurde von deinem Vater gegründet. Es braucht keine Logik. Es braucht nur dein Vater's Kreativität und der Grund für seine Mission. Cool. Mein Vater war ein Arzt. In einer Weise. Schade, ich dachte, Sam kann mir vielleicht helfen. Und da geht's auch noch weiter, aber... Guck mal... Ich komm' ja nicht weiter. Und Tala, viel Spaß im Wald. Mann, die ersten beiden Fragen kam ich ja ganz gut voran, nur. Äh, Sams Schlaflied. So. Jetzt kann's ja nur noch Mamas Strudel sein oder Pizza. Okay, es ist Mamas Strudel. Ich weiß nicht, was Mamas Strudel ist, aber okay. Oh nein, es kommt noch eine vierte Frage. Sam? Noch mehr. Oh nein. Of all places outside of her home. It's here that baby Tina loves to roam. Is it? The LED Alley? Mr. Toots? The Park? The old skate rink? The canal? Keine Ahnung? Der Kanal. Ich muss jetzt Baby an der Nase aus Stahl gehabt haben. Die alte Eisenbahn. Die alte Eisenbahn. Der Park. Bei Herrn Zahn. Auch wenn sich das aus Zahnarzt anhört. Uff, ich kenn die Hälfte davon nicht einmal. Die LED-Gasse schätze ich. Ich hab keine Ahnung. Oh shit. Der Park? The Park? Nein. Okay, das sind viele Fragen, die er hat. Hallo, dear human. Would you like to... Here is the first... When dark is it? Okay, der Teddy. My Teddy. You've ready. Okay, this... Here is the... A sound like... Is it? Sam's Schlaflieb. Sam's Lullaby. You've got ready. Let me guess. I do not have it. Here is the... Is it? Mom's... Mom's... Mama's Stubli. You've got ready for the... Sure, go on. Ich muss mich das alles merken, ey. Achso, das war Sam? Sam. Here is the final question. It's the last question. It's here that Baby Tina loves to roam. Is it? The LED Alley? Mr. Tooth's? The Park? The old Skate Rick? The Canal? Ja, ne, hier so... Uff, ich kenne die Hälfte davon nicht mal, ja? Ist halt wirklich so. Die LED-Gasse? Also... Oder Herr Zahn? Ich habe keine Ahnung. Aber Herr Zahn. Auch nicht, okay. Okay, okay. Oh Gott. Hängt ja schon mal richtig gut an. Und dir auch viel Spaß im Lurk, Reno. Hello, dear human. Would you like to restart? Here is the first quest. When dark is it Tina's night? Äh, ist der Teddy? You've got ready for... Okay. Here is the second. A sound like no other. Is it? Sams Schlaflie. You've got ready for the... Let me guess. I do not have... Here is... No matter... Is it? Mom... Mama Strudel. Mom Strudel. You've got it. Ready for the... Sure. Here is even... Is it... Schade, dass man so weit es immer wieder neu machen muss, ey. Bin wahrscheinlich auch einfach nur wieder doof. Sam. You've got it. Ready for the... Hm. Here is the final question. Of all places outside of her home. It's here that baby Tina loves to roam. Is it? The LED Alley? Mr. Tooth's? The Park? The old skate rink? The canal? Ich nehme jetzt die LED Gasse. Äh, I don't even know half these places. The LED Alley, I guess? Auch nicht. Och, Mann! Er ist nicht ruhig und spaßig genug. Das sagt er ja die ganze Zeit. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, so LED-Gasse hört sich nicht unbedingt ruhig an. Do you like to re... Here is the... When darkest is it, Tina's? My teddy. You've... Ready for the next... Okay. Here is the... A sound is it? Sam's lullaby. You've got ready for the... Let me guess. I do not have this. Here is the third question. No matter if... Is it... Mom. Mom strudel. You've got it. Ready for the next question. Sure. Here is the... Even if... Is it... Tina's Chuckles doll. Sam. You've got it. Ready for the next... Here is the final question. Of all places outside of her home. It's here that baby Tina loves to roam. Is it... The LED Alley? Mr. Tooths? The park? The old skate rink? The canal? Gehen wir jetzt halt einfach weiter durch. Die alte Eisenbahn? Weil es der nicht ist... Kann es ja nur der Kanal sein, aber... The old skate rink. That is correct! Ja, okay, ist die Eisenbahn. I remember it. We used to go there. As a family? I've been a baby carrier and... My dad? I guess it was my dad. We'd zoom all over the place. It was... Nice. You have passed. You are the master's daughter. I have waited for so long. Just say welcome. Tina! Okay. Okay, aber wir haben's... Wir haben's. Wir haben's. Okay. Können wir weiter. Eieieiei. Fängt ja schon mal gut an. Währenddessen nicht weit entfernt. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Die sind schon am Schiff, ey. Scheiße. Oh scheiße. Die sind ja richtig nah. Da muss ich ja nur runter gucken. Dann kann ich den auf den Kopf spucken. Höhöhöhöhöhö. Ach heiiee. An emergency kit may be in there. It's locked. It's locked. Mhm. Aber wir haben noch die Brechstange. Ja, genau. Als ob ich das nicht mit der Brechstange aufkriege. Kann Sam vielleicht helfen? Okay. Ich habe eine Notiz. Was hatten wir denn da? Ach so, das hatten wir aber schon. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, das funktioniert nicht. Aber die muss man doch irgendwie auch hervorkommen. Ja gut, gehen wir mal hier rein. Aber es sollte eine erste Hilfe-Koffer verschlossen sein. Ja eben. Der sollte ja eigentlich zur erste Hilfe halt da sein, ne? Richtig guckig. Benutzt das mal. In zwei Wochen. Ah. Dann Sam vielleicht. Es ist Tina, mein Human. Oh nein. Äh, das meine ich gar nicht. Guck dir mal das Ventil an. Ein Valver, auf einem Tum. Wahrscheinlich um den Fluss zu kontrollieren. Hm, danke. Ich muss mich ausruhen. Der Kopf wie macht das, macht das, Tala. Und Hallöchen, DJ. Ich hoffe, du bist besser in die Woche gestartet als ich. Schön, dass du da bist. Ach ja, genau. Scharfersteinekelle. Staubbläser. Nichts, was jetzt gerade Sinn ergeben würde, ne? Und gestern war Katastrophe bei dir. Wir haben es gesehen. Ja, ja. Katastrophe, wirklich. Und da habe ich auch noch festgestellt, dass mein Grafik-Tablet... ...mein Grafik-Monitor kaputt ist. Weil er in der Absteckkammer stand. Geil. Okay, mehr sagst du nicht. Hm. Da hast du eine Tür. Ist hier irgendwas? Nee. Sagen wir so aus. Melde. Okay. Ist dein Tablet selbst kaputt oder irgendein Netzteil? Nee, nee, es ist das Tablet. Es hat kein Netzteil. Es hat noch, ähm, halt ne Kabel, was in den PC geht. Aber das ist halt nagelneu. Und das ging auch vorher. Jetzt sollte ich denn doch mal an die Tür gucken. Warte mal. Um mal kurz zurückgehen. Und hallöchen, Hammuri. Hi. Locked, sagst du. Dann kann Sam das hier vielleicht mit der Brechstange... Total eingerostet, sagst du. Ja, was zum Ölen oder so haben wir ja auch nicht. Hm. 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 Geht halt in den Flur weiter. Es geht aber auch hoch. Ich geh erstmal unten weiter. Mülleimer. Kann Tina damit was machen, Nina? Ja, ja, da geht ein Leiter runter. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Es geht runter, es geht hoch. Es ist halt ein Schiff, ne? Geh mal runter. Ein Elektrokasten. Ich pack das hier mal kurz wieder weg. Ja, das soll wahrscheinlich auch nicht rot sein, ne? Schade. Was kann ich eigentlich? Kann ich nicht mal reparieren. Oh, hier ist eine fancy Tür. Schade. Die Tür sieht fancy aus. Der geht wahrscheinlich auch nicht mit der Brechstange auf, ne? Halsche Entscheidung. Okay. Dafür muss wahrscheinlich der Strom irgendwie gehen, ne? Warum ist hier alles gelockt? Ach, Mann. Nichts kann ich. Ja, ja. Und kannst du damit irgendwas machen? High-Voltage-Power-Line. Ah, Hochspannungsleiter. Okay. Apple-Pile-Milchshake-Verteilung. Oh, lecker. Dankeschön. Ah, hier geht's aber rein. Okay. Das Tropfen. Gehen wir mal in die Kabine rein. Da ist ein Kühlschrank. Was ist hier? Da. Alte Karte. Da ist ein Pult. Das ist guter oder irgendwie sowas stammt da. Okay. Schrank. Geht locked. Alles gelockt. Und Hallöchen Tau. Hi, Nadjo. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ja, also Bücher. Ein Apple-Pile-Milchshake-Verteilung. Oh, lecker, lecker. Das hört sich doch gut an. By the way, der Apple-Pile-Milchshake macht echt gut wach. Das glaub ich dir. Das glaub ich dir. Kann man Gegenstände kombinieren? Ja, kann man. Wie in jedem üblichen Pointen-Click, genau. Ach, warum kann ich denn den Kühlschrank nicht aufbrechen? Frech. Linkes oberes Schubfach, rechtses oberes Schubfach. Kann ich jetzt direkt anvisieren, ja? Unteres Schubfach. Es ist locked. Es ist locked. Aha, aber das ist nicht locked. Ich wollte mich gerade sagen, wenn ich die direkt einzeln anvisieren kann, dann muss ja eins gehen. Ja, bin gerade erst wach geworden. Haben sie schon gefrühstückt? Und wenn ja, was gab es Leckeres? Nicht wirklich. Ah, das ist der Schlüssel für den Medizinkasten wahrscheinlich. Weil da war so ein Plus drauf. Mehr gibt's hier nicht. Da unten, das krieg ich nicht. Das wollte ich eigentlich anwesend nicht, die Karte. Uah. Nee. Ich glaube, das war das Einzige hier. Okay. Und weiter hier lang geht's auch nicht. Dann gehen wir mal ein Stück zurück. Jetzt kommt eine Schnitzeljagd mit den Schlüsseln. Meinst du? Ich weiß nicht. Gut, aber bevor wir da nochmal hingehen, würde ich auch... ...äh, hier nochmal hoch. Und schauen. Ich melde mich mal aus den Lurk für die Statistik. Ach. Amori, dankeschön. Da ich den Chat nicht richtig lesen kann, da ich leicht verschwommen sehe. Oh no. Ach je, dann gute Besserung. Arzttermin habe ich zum Glück bald. Oh, dann ist gut. Dann ist gut. Hoffentlich geht das dann irgendwie noch weg. Wieder. Ach, hier, das ist so die Kabine. Fenster? Das ist an sich das Fenster, nicht dieses... Ja. Ruderanlage? Kann ich die von unten wegschubsen? Ach, das sollte ein Steuerrad halten. Okay, dann bräuchten wir noch ein Steuerrad. Hier ist wirklich nur das Fenster. Steuer an sich. Nee, ach so, das ist wieder nur die Ruderanlage. Hier ist sonst... Okay, hier ist ein Loch. Ich weiß nicht, ob Sam dazu noch was anderes zu sagen hat. Ja, da ist kein Ruder angebracht. Ich bin nicht programmiert, um ein Schiff zu kontrollieren. Und Elli, hopp, hopp, wo dir was zur Futternase? Das ist nicht gesund. Ach, ich jetzt fühle es meistens nicht so viel. Ich hatte vielleicht maximal einen Toast. Aber heute hatte ich da keinen Hunger drauf. Hier habe ich keine Ahnung. Ich brauche einen Ruder. Kann ich das Ventil als Ruder nutzen? Da sieht man halt eine Leiter hoch, aber da geht es, glaube ich, nicht hoch. Das müsste doch jetzt funktionieren. Was gibt es denn da Schönes drinnen? Was ist das denn? Ein Defibrillator. Ach so, deswegen war der vielleicht abgeschlossen. Akku betrieben. Elli ist ein Nasenbär. Das stimmt. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert. Es gab hier unten noch dieses Stromding, was rot war. Es ist bereits chargten. Es ist bereits chargten. Es ist bereits chargten. Nein. Tina, komm mal her. Tina? Nicht die richtige Aktion. Schade. Hätte ja sein können. Schalttafel? Nicht die richtige Aktion. Das ist alles rostig. Hier komm ich überhaupt nicht rein. Was mache ich denn mit dem Defibrillator? Defibrillator. Ich habe eine Idee, wir benutzen den Defibrillator als Verteidigung gegen den Rumpf. Ja. Das wäre wahrscheinlich echt eine gute Idee. Aber hier war ja sonst nichts. Hier nochmal kurz gucken. Aber hier ist nur das Bett. Ich habe eine Idee, wir benutzen den Rumpf. Ich habe eine Idee, wir benutzen den Rumpf. Locked. 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 Nee, hier ist auch sonst nichts. Liegt der Broteverteilung. Ja. Oh, so ein frisches Brötchen. Das wär's jetzt. Ein Defibrillator. Oh, warte. Hier war ich noch nicht, ne? Wir gingen ja noch weiter runter. Sackt alles weg, was du fallen lässt. Okay. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Ähm, was hab ich... Was? Was? Ich hab nur grad gedacht... Was? Warum? Jetzt ist auch der Defibrillator weg. Okay. Und ich hab grad festgestellt, wenn ich das Mausrad drehe, dann kann ich das Menü einfach aufrufen und ich muss nicht immer hier draufklicken. Wow. What the hell? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's einfach nur wieder mit allen probiert. Was hab ich da jetzt gemacht? Geht der jetzt einfach wieder? Oh, das ist weg, was runterfällt. Ohne Rohrverbindung zu starten, wäre doof. Okay. Hier ist auch noch ne Kabine. Ich hab keine Ahnung. Aber es war anscheinend richtig. Die macht wieder seltsam mit Ding-Ding-Ding-Sinn. Ja, ne? Bellblech. Okay, warte mal. Dann kann ich aber was machen. Es ist gut fixiert. Aber wir könnten es ja mit unserem Schraubenschlüssel. Oh. Wieder Brechstange? Wieder Brechstange? Aber mit dem Schraubenschlüssel nicht. Weißer, abschrauben? Nee. Nee. Wir brechen das von der Wand. Okay. Bellble. Ja, lol. Okay. Okay. Ich nehm das hin. Ist okay. Sag mal der LED in den Dreh raus. Dies ist noch Anfang vom Stream. Deswegen vielleicht. Hier ist auch sonst wieder nichts, ne? Nee. Gewalt ist immer ne Option. Wir gehen mal hier nochmal weiter. Hier ist irgendein Zeichen dran, aber hier ist auch sonst nichts. In zwei Stunden ist Ellie dann Dauer verwirrt. Immer. Immer. Was ist denn das hier? Tina. Also das ist Tina, ja, das weiß ich, aber. Dunkelheit. Was? Es ist fast und so dark, ich kann nicht sehen, was auf der anderen Seite ist. Delay. La 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 la. What? La la la. La la la. Interessant echo. Aber ich kann nicht verstehen, wie es funktioniert. Was? Sam so, Verzögerung. Und das Echo so. La la la. Ja, ja. La la la. What? Was? Okay, bei ihr passt sie dasselbe. La la la. La la la. La la la. Wow. What was that? Das war ein weirdes Echo auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr weirdes Echo. Oder Echo. Oh, gut Deutsch. Ofen. Oh, warte. Feuersteine. Ofen. Wie? Och. Nja. Okay. Okay. Wurde vor Mama verbrennen? Schade. Wollen wir den Handschuh einfach verbrennen? Schade. Ich werde alles verbrennen. Können wir darin Ruf beraten? Ja, der ist uns halt schon sehr nah auf der Schlichen. Der macht mir ein bisschen, ein bisschen Sorge. Der ist halt auch schon am Schiff. Das ist nichts Wichtiges, sagst du. Okay. Ruf. Der scheint kaputt zu sein. Aber ansonsten ist hier auch nichts weiter. Okay, dann packen wir. Wir sollten wahrscheinlich auch wirklich nur dieses Wellblech da sammeln. Äh, das da kommt dann hier wahrscheinlich ran. Ah, okay. Es geht weiter runter. Ach so. Ach, deswegen mach ich das. Ach so. Der ist da unten voller Wasser. Und deswegen nehme ich diesen Starksauger 2000. Und deswegen habe ich den wieder angeschmissen. Ich hatte... Entschuldigung. Ich hatte die Info nicht, dass da unten Wasser ist. Okay. Deswegen habe ich den Starksauger 2000 defibrilliert. Okay. Okay. Das ergibt jetzt Sinn. Jetzt ergibt es Sinn. Okay. Kann ich hier auch wieder ausmachen? Nee, der bleibt an. Okay, gut. Ach so. Ja, gut. Immer. Okay. Auch wieder so eine fancy Tür. Eine Narwalt-Trophäe. Oh. Sieh, damit kann man jemanden da stechen mit deinem Horn. Vielleicht den Herrn Rumpf. Ja, das auch. Du bist ein weird animal. Sag mal. Narwale sind einfach die Einhörner der See. Kein Schlauseli. Ja, ja. Oh, hier ist wieder eine Notiz. Erstechen wen und wann? Den Herrn Rumpf. Wissen to the void. Oh nein, jetzt war es schon wieder weg. Wissen to the void? Erzählst du's secret. Aber die Leere? War das dieses... War das das? War das die Leere? Erzählt dir was. Aber ja, da weiß ich ja nichts. Weiß nicht, was sie mir da erzählt. Fingerabdruckscanner. Das ist eine verdammt fancy Tür. Also die ganzen Türen sind halt fancy, aber die übertrifft irgendwie alles gefühlt nochmal, ne? Ja, das sind doch auch die einzigen gehörten Tiere, oder? Wegen dem Horn, meinst du? Und Dankeschön auch für den Follow. Vielen, vielen Dank. Aber du, also Nashorn? Weiß nicht. Sind, glaube ich... Narwale sind, glaube ich, die einzigen Tiere, die dieses gekringelte Rohrn... Ach, Rohrn, genau. Horn haben. Was sich so dreht. Ja, genau. Oder Ziegen. Also Hörner haben schon viele, viele andere. Aber ich glaube, Narwale sind die einzigen, oder mit die einzigen? Ich weiß es gar nicht genau, ob es davon noch mehr gibt. Aber die dieses gekringelte Horn haben, was sich so dreht. Was man ja Einhörnern gerne zuspricht. Es ist lockt. Fingerabdruckscanner. Okay, nur der Fingerabdruck des Papas. Liegt die Leiche vom Papa hier vielleicht rum? Können wir den Finger abschneiden? Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin schon wieder hochmotiviert. Und hallo, Sodas. Sodas möchte ich, dass ich noch einen Schluck trinken kann, oder? Prost. Ja, ich meinte eher so, die so gehörnt haben. Also, es gibt wenig Tiere, die auf der Stirn ihr Horn tragen. Ah. Ja, True. Ja, doch, das stimmt. Da gibt es echt nicht so viele. Das stimmt, ja. Oh, hier ist das Buddha. Okay. Ich habe das Buddha gefunden. Okay. Okay, haben wir sonst noch mehr. Oh, ein Ventil. Ach, einfach ein bisschen drehen, ein bisschen wackeln, das wird schon. Ich glaube, das Ding generiert das Schiff's Elektrizität. Okay. Achso, das zählt noch dazu, ja. Generator. Mit zwei Sachen haben wir anscheinend keinen Strom. Pappkarton. Pappkarton. Oh. Okay. Äh, wir müssen nach ganz oben, glaube ich. Oh, ich habe die ganze Zeit Angst, dass dieser Herr Rumpf auf einmal hier ankommt und dann so Tja, Moini macht. Das muss ja nicht sein. Äh, die findest du auch, dass so das gebubt werden muss. Sowas muss immer gebubt werden. So das Gehörn gebubt. Unten hat sich was geöffnet. Okay. Downstairs. Aber wie weit downstairs? Das ist jetzt die Frage. Hier draußen wird nix sein. Ne. Ne, hier ist nix. Ich meine, wir haben halt viele Wege nach unten. Wäre halt gut zu wissen, äh, wo was aufgegangen sein soll. Die hier ist aufgegangen, oder? Lager? Lager waren wir vorher noch nicht. Ja, aber Papas Labor, also ich bin mir schon sehr sicher, dass die mit dem Fingerabdruck Papas Labor ist. Also gefunden haben wir es schon. Du könntest auch was essen. Weil ich nicht weiß, ob das Essen hier noch gut ist. Was ist denn, ich nehm mit? Batterie, okay. Elektroschreiter? Besser nicht berühren. Aber warum nicht? Kann Sam? Nicht relevant für unsere Mission. Aber kann ich es vielleicht mit dem Handschuh umlegen? Ach komm. Sei doch nicht so. Ist halt auch nur, wie gesagt, Pappkarton da war. Wo kann es sein? Da waren ja nur die Batterien drin, ne? Elektroschalter. In der Kiste war auch nix. Genau, sie hat Hunger. Oh, sie will erst Papas Labor finden. Hm. Ah Mann. Wie die Batterie vielleicht reinlegen? Nein. Stimmt geladen. Haben wir irgendwas, was nicht geladen ist? Ne, hier haben wir nur das Rohr hergehabt. Das ist ja nichts. Exo möchte, dass ich mich stricke. dann mache ich das schnell. Naja, wir sind im Cyberspace. Weiß nicht, ob da was schlecht werden kann. Das ist eine gute Frage, aber dann dürfte ja auch nix überwuchern, oder? Also, dann dürfte ja auch nix wachsen. Und das Schiff ist ja komplett zugewuchert. Genauso wie da ein Roboter, den wir getroffen haben. Stricken muss mal sein. Ja, das auf jeden Fall. Definitiv. Das ist halt wirklich nur die Dunkelheit. Und exo viel Spaß im Lurk. Kann ich da... Nee? Steine reinwerfen? Wir haben ja die Notiz. Lausche der Leere. Sie erzählt Geheimnisse. Und... Das hört sich halt und das ist halt die Dunkelheit. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Irgendwie die Melodie. die oder so. Naja, es hängt davon ab, wie der Vater es programmiert hat. Oder ob er von Anfang an so designt. Das stimmt, ja. Schade. Ich dachte, wir können ganz viele Zettel sammeln oder sowas und die dann... brennen. Brennen. Okay, das ist alles nur Ofen. Kann irgendwas dagegen tun, wenn man nichts erarbeitet will? Krank sein. Aber ich weiß nicht, ob das der Sinn und zwick denn ist. Oh, warte. Ach nee, doch, das war die Generator... äh, der Degenerator. Ja, ja. Die Degenerator war das. Äh, nein, das war hier der Generator. Ich dachte gerade so, höh, komm gar nicht rein, aber... Not working. Not working. Ich klicke trotzdem hier rauf, ne? Ich hab rausbekommen, dass ich mit dem Mausrad das hoch und runter hier machen kann, trotzdem klicke ich da immer auf den Beutel. A working generator, probably supplying the electricity of the tanker. Sometimes I wonder if they are just decorations. Hmm. Hier ist halt auch so ein random leerer Raum, ne? It doesn't work. Ah, hier, die Batterie ist leer. Aber jetzt nicht. Äh. Okay, drei Zahlen. Ja. Liegt sein. An Ordinary keypad. The right combination should open the door. Ja. Ja, ja, aber also Geburtsjahr haut ja nicht hin, weil das sind vier Zahlen und das brauchten wir auch schon. Hat die Zahlenkombination was mit diesem Oh ja, doch, warte mal. Wie oft die das macht, oder? La, 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 drei, zwei und dann vier oder so, oder? La, 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 ich weiß nicht, drei, zwei, vier? Oh, ich hab aber eine Idee. Warte, lass uns da nochmal hingehen. Wie oft macht die la, la, la? Wo war denn das? Die macht nämlich dreimal la, 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 la in drei verschiedenen Abständen. Wacht dazwischen halt Pause. Hallo, Frau la, la, la. Ach, verdammt. Hier ist gar nicht Frau la, la, la. Was ist denn Frau la, la, la gewesen? War Frau la, 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 la da drinne? Ja. Hallo, Frau la, 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 la. Können Sie nochmal la, 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 la an? Oh, vier? Vier, zwei? Vier, zwei, drei. Ich hab... Ich hab's... Vier, zwei, drei. Vier, zwei, drei. Wenn ich das richtig gezählt hab. Ich mach nämlich die Abstände. Klingt nach mehr als Dreizeit. Nee. 4, 2, 3 war, habe ich gesagt, ne? Nee, die macht ja immer eine Pause dazwischen. 4, 2, 3. Nennt mich Sherlock. Sie macht ja immer eine Pause nach ihrem La La La. Sie macht ja La 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 La. Pause. La La. Pause. La La La. Ende. Sie macht halt Pausen dazwischen. Ich bin einfach Sherlock. Ellie Holmes, genau. Ich bin Ellie Holmes. Dann gehen wir mal ins Labor. 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 Untertitelung des ZDF, 2020